Zieh mit, will Schmitt. Zieh mit, will Schmitt. Auch wenn er HSV-Fan ist, ist er ein großartiger Typ. Zieh mit, will Schmitt. Ich kenne Hans-Jörg Schmitt schon seit vielen Jahren aus unserer gemeinsamen Arbeit in Hamburg-Horn. Und ich glaube, Hamburg und auch Horn kann sich keinen besseren Bürgerschaftsabgeordneten vorstellen und wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.